19. Fröhliche Weihnachten Es war der 19.12.2017, als ich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern das Restaurant betrat, in dem wir für unsere Weihnachtsfeier einen Tisch reserviert hatten. Nach all den Jahren in meiner Firma war es die erste Weihnachtsfeier, die auch ich besuchte. Normalerweise hatte ich immer nur dafür bezahlt, mich aber sonst vollkommen rausgehalten. Auch in diesem Jahr war ich nicht zur großen offiziellen und vor allem letzten Weihnachtsfeier von Jennings Money Solutions erschienen. In den letzten Wochen hatte ich erste Gespräche geführt, sodass ich mittlerweile guter Dinge war, dass die Firma ab Mitte nächsten Jahres in den Händen eines von mir hochgeschätzten Kollegen sein würde, der Interesse an der Übernahme gezeigt hatte. So was, jetzt bist du dran, obwohl du ja nie über dich sprichst. Wie sieht dein perfektes Weihnachtsfest aus? fragte Joe, einer meiner Mitarbeiter, und beäugte mich neugierig. Naja, dass es Anna nicht gelungen ist, mir die perfekte Frau zu besorgen und mich dort über die Weihnachtstage einzuquartieren, nahm ich nun zum ersten Mal den Scherz auf, der zwischen uns schon so lange existierte, ohne dass ich ihn je kommentiert hatte. Ich sorgte damit für schallendes Gelächter. Nein, ganz im Ernst, ich verstehe nicht viel von Weihnachten, von daher kann ich nicht sagen, wie es für mich aussieht. Wahrscheinlich träume ich seit kurzem den Traum eines jeden. Ein Tannenbaum, ein schönes Kaminfeuer und eine tolle Frau mit einem gesunden Kind. Das wäre etwas, das ich mir wünschen würde. Ganz bodenständig also? Hatte ich nicht erwähnt, dass der Baum 2,50 Meter groß und mit echtem Gold geschmückt ist? fragte ich, was mir schallendes Gelächter einbrachte. Wir machten oft Witze über meinen Reichtum und die Millionen. Ich glaubte, schon allein, weil ich über all die Dinge ebenfalls lachte und mitscherzte, oblag mir das Ansehen meiner Kollegen. Ich hatte auf jeden Fall schnell gelernt, mich selbst nicht mehr so ernst zu nehmen. Ich habe es nicht mehr so ernst, ich würde mich nicht mehr so ernst zu nehmen.